Die EU-Kommission will Wölfe nicht zum Abschuss freigeben. Trotz der zunehmenden Zahl an möglichen Wolfsattacken wie zuletzt im Pongau soll der Wolf weiter streng geschützt bleiben. Das hat EU-Kommissar Carameno Weller bei der jährlichen Wolfskonferenz im Europaparlament erklärt. Es gehe um die Wahrung des Naturerbes. Mensch und Wolf müssten nebeneinander leben können, begründet der EU-Kommissar die Entscheidung. Inzwischen ist eine erste DNA-Probe nach einem Schafsriss im Verwerfen ausgewertet. Ein Ergebnis hat diese Probe allerdings nicht gebracht. Es bleibt daher weiter unklar, welches Tier dort zwei Schafe getötet hat. Die Auswertung weiterer Proben steht noch aus.